Ja, herzlich willkommen, verehrte Zuschauer, hier zu diesem weiteren Video. Heute möchte ich einige Dinge klarstellen zur Situation rund um Georgien, z.B. in Georgien, besser gesagt. Ihr habt ja auch bestimmt gehört von den sogenannten Protesten, von den Randalen, die dort jetzt aktuell stattfinden. Und faktisch, auch hier haben wir einen ganz klaren weiteren Maidan-Versuch. Und dieses beschlossene Gesetz über die ausländischen Agenten in Georgien, was es ja in den USA auch gibt, in einer noch viel härteren und schärferen Version, wo das lediglich ein Vorwand war für diese sogenannten Proteste. Ich möchte hier nochmal im Kontext daran erinnern, dass es ja in Georgien ebenfalls einen Konflikt gegeben hat, faktisch seit dem Zerfall der Sowjetunion zwischen der Zentralregierung auf der einen Seite und den Provinzen Abkhazien und Süd-Ossetien auf der anderen Seite. Es hat ja auch einen Bürgerkrieg am Anfang der 90er Jahre schon gegeben. Dann auch in den 2000er Jahren gab es ebenfalls einen Maidan, der auch erfolgreich abgeschlossen worden ist, wo dann die USA ihre Marionette, den Fanatiker Saakashvili, an die Macht gebracht haben, der ebenfalls wie der Pianist in Kiew auch manchmal zugedröhnt gewesen ist. Dann gab es ja auch im 2008 bekanntlich den Georgienkrieg, wo Herr Saakashvili die abtrünnigen Provinzen Süd-Ossetien und Abkhazien überfallen hat, wo dann die russische Armee denen zur Hilfe gekommen ist. Und als dann die russische Armee nach ein paar Tagen vor der Hauptstadt in Tiflis gestanden hat, gab es dann Verhandlungen, auch unter Vermittlung unter anderem von Deutschland und Frankreich, und infolgedessen auch ein Waffenstillstand, wonach dann die russischen Truppen sich aus dem Gebiet der Hauptstadt zurückgezogen haben. Dafür dann hat Russland Süd-Ossetien und Abkhazien als unabhängige Staaten anerkannt und diese auch unter ihren Schutz gestellt. Und damit war die Sache auch gegessen. Nur in unbeobachteten Momenten lässt sich erahnen, unter welchem Druck die Propagandamaschine Saakashvili steht. Und wahrscheinlich hatte Russlands Führung jetzt in diesem ukrainischen Konflikt bei dem Marsch auf Kiew die Hoffnung, dass es auch dieses Mal mit einem ähnlichen Szenario ausgeht. Diesmal hat der Westen allerdings eine andere Position, war hier im ukrainischen Konflikt nicht sonderlich verhandlungsbereit. Das ist aber ein anderes Thema. Jedenfalls wurde dann Saakashvili nach einigen Jahren ganz normal abgewählt. in Wahlen, die der Westen auch als demokratisch anerkannt hat. Und die neue Regierung, die neue Partei bzw. die ist auch seitdem an der Macht geblieben. Und hat seitdem auch alle Wahlen in Georgien gewonnen. Seitdem Saakashvili, wie gesagt, abgewählt worden ist. Die neue Regierung, also die neue Regierung nach Saakashvili, die bis jetzt auch an der Macht ist in Georgien, ist aber alles andere als pro-russisch. Sie ist genauso pro-westlich wie auch die Regierung unter Saakashvili. Sie strebt ebenfalls einen Beitritt an in die EU und in die NATO. Mit nur einem einzigen Unterschied, dass sie dabei gleichzeitig eben keine radikal-antirussische Linie vertreten. Also dass sie sich nicht sozusagen an die Speerspitze des Westens im Kampf und im Krieg gegen Russland stellen wollen. Sie haben sich ja jetzt auch bekanntlich nicht an den Sanktionen gegen Russland beteiligt. Das aber garantiert nicht, weil sie irgendwie Russland allzu sehr sympathisieren, weil sie Russland großartig lieben. Sondern das hat einfach rein pragmatische Gründe. Sie wollen einfach nicht den Ast absägen, auf dem sie sitzen. Denn in Georgien ist ja, obwohl sie sich schon seit sehr langer Zeit dem Westen annähern wollen, wirklich nun mal alles andere als ein aufblühender Staat. Und die wesentlichen Waren, jetzt beispielsweise georgischen Wein und auch die Dienstleistungen, zum Beispiel jetzt im Bereich Tourismus, sind ja eigentlich Dinge, die fast ausschließlich nur von Russen konsumiert werden. Also in Europa beispielsweise trinkt ja kaum jemand im georgischen Wein. Dort gibt es ja genug eigene Weine in Europa, die ja auch schon miteinander konkurrieren. Und ich weiß jetzt auch nicht von irgendwie Deutschen, Italienern, Holländern, Franzosen usw., die jetzt großartig Schlange stehen, um in Georgien Urlaub zu machen. Auch wenn es dort, also ich war jetzt noch nicht da, aber wie ich gehört habe, auch ziemlich schön sein soll. Aber dennoch ist es ja nun mal der Fall. Daher auch Russlands Einfluss, über den ja auch in den westlichen Propagandamedien immer wieder die Rede ist, in Georgien. Einfach deshalb, weil das Land wirtschaftlich sehr stark von Russland abhängig ist, aus den Gründen, die ich gerade eben aufgeführt habe. Und in den letzten Monaten, seit dem Beginn des ukrainischen Konfliktes, hat ja auch das Kiewer-Regime, haben auch Vertreter des Kiewer-Regimes beziehungsweise Georgien auch immer wieder dazu aufgerufen, dazu aufgefordert, eine aktivere Rolle im Kampf gegen Russland einzunehmen und im Idealfall auch eine zweite Front gegen Russland zu eröffnen. Und aus Sicht der USA und des Westens ist es auch, für mich zumindest völlig offensichtlich, dass sie erkannt haben, dass die ukrainische Front alleine nicht ausreicht, um Russland, wie sie es immer nennen, auf dem Schlachtfeld zu besiegen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen mehrere Fronten gleichzeitig eröffnet werden, um Russlands Kräfte zu streuen. Und Georgien wäre eben eine solche potenzielle Front. Und für mich ist es auch völlig offensichtlich, dass auch genau das der Zweck bzw. das Ziel ist, hinter diesen sogenannten Protesten, nämlich die jetzige Regierung in Georgien zu stürzen, irgendeinen weiteren Fanatiker an die Macht zu bringen, um dann Georgien in den Konflikt mit Russland hineinzuziehen. Ob dieses Vorhaben dann letztendlich von Erfolg gekrönt sein wird, das bleibt abzuwarten. In Kasachstan und in Weißrussland haben sie es ja ebenfalls im Versuch, da sind diese Versuche allerdings gescheitert. Einfach weil, trotz allem, es sich bei den beiden Ländern, also bei Kasachstan und auch bei Weißrussland, um Verbündete Russlands handelt. Also in Weißrussland bei den sogenannten Protesten, da hat es ja ausgereicht, dass sich dann Präsident Putin dazu wenig später geäußert hat. Dann war das Ganze auch schon sozusagen abgeflaut mit der Zeit. Und in Kasachstan hat ja der kasachische Präsident Tokayev bekanntlich das OVKS-Militärbündnis um Hilfe gebeten. In Georgien haben wir allerdings eine ganz andere Situation, denn in Georgien haben wir ja wie gesagt eine pro-westliche Regierung, keine pro-russische Regierung. Und die haben natürlich dieses Instrument nicht. Also sie können und werden auch nicht Russland um Hilfe bitten, um diese Proteste, diese Randalen zu unterdrücken. Auf der anderen Seite hat die jetzige georgische Regierung in all den Jahren, seitdem Saakashvili abgewählt worden ist, wie ich schon gesagt habe, alle Wahlen seitdem gewonnen und das auch mit ziemlich großem Abstand. In einem vom Westen als einen solchen anerkannten demokratischen Prozess. Also da hatte der Westen auch nichts zu beanstanden gehabt bei den Siegen, bei den Wahlsiegen der jetzigen Partei. Das heißt also, die absolute Mehrheit der Menschen in Georgien hat diese Partei immer wieder wiederholt gewählt und hat offensichtlich auch keine Lust auf den Konflikt mit Russland. Wie das Ganze am Ende weitergehen wird und wie das alles vor allem ausgehen wird, das bleibt wie gesagt abzuwarten. Ich werde euch da natürlich auf dem Laufenden halten. In diesem Sinne danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.